Die Mammutklettergurte aus der Turgierlinie sind die alpinen Klettergurte im Mammutklettergurte. Sie zeichnen sich durch eine Vielzahl alpiner Features aus. Zum einen haben wir natürlich vier Materialtragschlaufen, sodass wirklich ausreichend Material für alpine Begehungen transportiert werden kann. Zudem haben wir aber noch die Loops, ebenfalls vier Stück, wo ich Eisklipperkarabiner einhängen kann. Hierdurch kann ich zum Beispiel Eisschrauben oder weiteres Klettermaterial zusätzlich transportieren. Konstruktiv basieren die Turgierlinie auf der Kombination von zwei High-End-Technologien. Zum einen setzen wir im Hüftgurt und den Beinschlaufen das Mammut Splitwebbing ein. Das Mammut Splitwebbing ist ein patentiertes Band, bei dem im Webverfahren ein Split auf zwei Bänder realisiert wird. Das Mammut Splitwebbing ermöglicht eine sehr gleichmäßige Druckverteilung über die ganze Fläche des Hüftgurts und der Beinschlaufen, wodurch der Tragekomfort des Gurtes massiv erhöht wird. Kombiniert wird das Mammut Splitwebbing bei den Gurten aus der Turgierlinie mit einer Laminiertechnologie. Dadurch können wir ein sehr flaches Gurtdesign realisieren, indem wir die verschiedenen Schichten miteinander verschweißen oder verkleben. Neben den alpinen Features wie Ice Loops und 4 Gear Loops zeichnen die Turgiergurte noch zwei typische Mammut Features aus. Zum einen die Indicator-Technologie in der Anseilschlaufe. Zum zweiten den Protektor, ein Kunststoffabriebsschutz am unteren Einbindepunkt, der die Lebensdauer des Gurtes massiv erhöht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020